Hallo, ich würde mich gerne um. Gucken. Alter, bist du bekloppt? Na, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horror. Und diesmal heißt das Spiel Night Bus. Ich habe mich entschieden, heute mal, also für euch ist es ganz regelmäßig, für mich ist es spontan, jetzt noch was aufzunehmen. Weil ich mich, auch wenn ich nur daran denke, werde ich schon wieder müde. Weil ich versucht habe, was mit Elster zu machen und mich macht sowas so enorm müde. Und ich dachte mir dann, ich könnte ja ein kleines Horrorspiel spielen. Und vielleicht macht mich das wieder wach. Hoffen wir das mal. Das Spiel hat die liebe Peri, wie ein Peri da mir, vorgeschlagen. Ich habe kurz reingeschaut und dachte mir, ja, das sieht nicht schlecht aus. Ich bin heute schon mal auf CC-T-Rik. Oh, okay. Okay. Ich bin heute schon aufzunehmend. Okay. Wir sind jetzt schon mal auf die Masse. Wasne ich schon mal auf? Wenn du sie schnellst, ausfusenigst. panik okay also ich klar Nee, Fräulein, ich glaube, die Musik ist etwas zu laut für die Sprache. Ich habe ihn nämlich kaum verstanden. Continuous settings, return to last checkmate, okay. Ich glaube, er hat gesagt, wir haben unseren ersten Tag hier als Busfahrer. Wir fahren jetzt Bus und wir sollen Leute... Ach, guck mal, ich kann das auch ausmachen. Uh, ah, ah, ah. Mäh? Missing? Was? Ach so, da. Blonde Frau am Steuer, also ich garantiere nichts. Fahr ich auf der... Ich fahr auf der Verkehrsseite, ne? Hier war ein Ohr, ich habe einen Rückspiegel, okay. Was ist das? Oh, oh. Was hier los? Wenn man would have opened the door for passengers. Ja, habe ich schon einen vergessen? Was ist das? Äh, ach so, 659. Äh, ach so, 659, du. Ist das richtig? Habe ich dem jetzt, das öfter in Richtung gestellt? Okay. Entschuldigen Sie bitte. 651. Tür zu. Was steht da? Ach so, open door. Closed door. Okay. Was ist das? Scheibenwischer. Alles gut. Okay. Was, was mit Blinken? Weicht das? Ach, ich denke mal, um rein zu zoomen. Okay, ich glaube, jetzt warten. Was ist das, Sir? Ach so. Oh. Hä? Ja, ist ja gut. War da nicht gerade noch der Opa? Katze, du schnurrst zwar, mich zu beruhigen, aber das hilft mir nicht. Ja, ist schon. Ja, gut. Ach, okay. Das ist so ein selbstaufladender Bus. Ah. Wenn, wenn wir nicht fahren. Oh, du heiliger. Huch, wo bin ich drüber gefahren? Ist hier jemand? Habe ich jemanden umgefahren? Da ist der Opa wieder. Wo war er denn nur? Hier ist keiner. Entschuldigung. Kann ich da auch einfach ein Do not enter? Ich möchte da aber entern. Äh. Äh. Okay. Ihr wisst, ich muss immer... Wir hatten das Radio wieder angemacht. Ich muss immer das tun, was man mir verbietet. Was ist das? Warte. Okay. Ich habe das Gefühl, hier werden Dinge passieren, mit denen ich nicht rechne. Was? Äh. Eigentlich brauche ich ja nicht hinter mich gucken, weil der Bus war ja leer. Und, äh. Bus stopping? Okay. Hat er gedrückt? Boah, es ist schon so lange her. Ich muss mal zu checken, Security cameras. Ja, tue ich doch. Aber während der Fahrt? Ist das sein Stopp? Das könnte sein Stopp sein, ne? Nein, der wollte zu 51. Fahre ich in die richtige Richtung? Ja. Hier? Ist er weg? Oh. Gern geschehen. Was war das? Gerade da oben? Hallo, hopp und der Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Pet, a, a, Zerola. A, Zerola. Okay. Um ruhig zu bleiben. Wieso habe ich das Sende, die Anzeige? Jemand wird vermisst? Don't do it for Sam. Okay. Was ist hier los? Hallo, junge Frau. So, ganz schön langsam. Ja. Willst du mir nicht sagen, wo du... Okay. Geht mich ja auch nichts an. Wieso? Das heißt gut. Na, er fand so ein Alien-Bus. Ne. Wo sitzt sie denn, warum ist sie denn... Ja, ist ja gut, ist ja gut, da ist sie, da ist die Jungfrau. Sie sehen sehr komisch aus. Ich meine natürlich sehr pixel, pixelig, gut. Ja, kein Problem. Die Räder vom Bus gehen auf und ab, auf und ab, auf und ab, auf und ab. Jetzt ist es aber hier. Was? Was hast du... Lauf, du mal auf die Straße. Ich seh dich ganz genau. Was hast du gegen meinen Bus? Hubs, du hin. Also, was heißt denn nicht mit dem Bus, mit dem Bus, blä, 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 blä. Dann nimm doch einen anderen Bus. Das ist bestimmt wieder Copyright-Musik, aber naja, okay. Ja, okay, wir halten an der nächsten Haltestelle. Kein Ding. Kann ich mich dabei noch mal gar nicht. Was hast du gegen meinen Bus? Kann ich hier hin? Kann ich aussteigen vielleicht? All good? Okay. Nee, ich würde gern tanken. Kann ich auch rasen? Es ist keiner im Bus. Es ist doch keiner mehr im Bus. Wer hat den... Ah, wer hat den Scheiß-Knopf gedrückt? Vielleicht halte ich einfach nicht an. Vielleicht halte ich einfach nicht an. Na Na... Pech... 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 People... Pech... Pech... Okay, ich frag einfach nicht. Wo darf man denn eine Katze mit im Führerhaus haben? Ja, ist ja gut. Ist das für mich? Ich würde gerne rasen. Ist 90. Oh Gott. Sieht aber nicht so. Okay. Wer wollte hier aussteigen? Hallo? Was ist denn das? Ja, wir halten ja gleich. Ja, kein Ding. Oh, hi. Oh, hi. Ihr wollt alle raus? Okay. Ja, das ist... Also, wenn du meinst, der ist leer. Fahr ruhig mit. Ja, ich bringe euch auch ans Ziel. Wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Kein Ding. Regnet Blut, glaube ich, gleich, aber... Ja, bitte. Hi. Ja, du kannst... Also, wenn der Bus voll ist, dann kannst du auch obendrauf mitfahren. Ja, das ist halt manchmal so, ne? Tiere kreuzen die Farben. Möchte jemand aussteigen? Zufällig? Nee? Aber einen hatten wir doch noch hier drin, ne? Huch. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Äh, welche Richtung? Hallo? Drehst du dich mal bitte? Äh. 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 Huch. Äh. Äh. Bin ich bergab gefahren oder nicht? Ich ne, ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich glaube, das ist richtig, ne? Ja. Scheint so. Warum redest du denn so komisch? Gott soll dir helfen. Was ist denn das für ein verfluchter Bus? Ich kann ja auch zoomen. Ach, da ist ja wieder einer. Tja, ich bin gerade, es hat noch nicht mal angehalten. Bitteschön. Oh, wir haben keine Zeit. Da setzen sie sich hin. Ach, ist schon wieder soweit? Oh. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, auf einmal darf ich so schnell fahren. Yeah. Ja. Es kam mir nur ein Auto entgegen. Oh. Oh. Halleluja. Das bin ich. Hallo. Ich bin gerade oben. Gucken. Der Bilzebub. Oder. Ich weiß nicht. Hauptsache, ich habe auf dem Rechner immer noch das Katzenschnurren. Hätte ich das verhindern können? Ja. Ah! Und der eins von vier. Winner, winner dir deine, eins von vier. Ja, okay. Okay, 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 okay. Diesmal nehmen wir keinen mit. Nein, diesmal fahren wir in das Auto. Das ist nicht der richtige Job für dich. Ich bin noch bei der Unterweisung. Ja, 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 Entschuldigung. Okay. Deswegen kam uns auch nur eins entgegen. So, kann ich jetzt noch unsere Mietze-Katze gegeneinander aufbringen? Okay, der Stopp nach 6.65 scheint normal, ist aber nicht... Also drunter gucken und... Huch, da hab ich wohl einen Kunden vergessen. Ich guck mich jetzt auch nicht um. Ist mir egal. Jetzt kommt ja eh keiner mehr. Da kann ich auch so fahren, wie ich will. Alles gut. Nö, war ich nicht. Interessiert mich alles gar nicht. Ich mach hier nur meinen Job. Bin ja Busfahrer. Während der Fahrt wird nicht mit dem Busfahrer gesprochen. Was ist denn der Katze passiert? Der kam doch so auf mich zugefahren. Huch, ja, ich war zu schnell. So machen das doch Busfahrer manchmal. Öffne bitte die Tür, junger Mann. Wer redet hier? Nö. Ich bin hier auf meinem Weg. Azorola. Azorola hier ist nicht gut drauf. Okay. Er ist auf seiner Sprung geblieben. Ja, mit der Maus brauche ich gar nicht lenken. Das funktioniert ja eh nicht. Aber vorhin waren doch keine Autos, oder? Nee, ich check auch nicht die Security-Kamera. Nö, steht ja auch keiner. Kann ich ja weiterfahren. Ich frage mich gerade, wenn ich rüberschaue zu der Aufnahme an euch, dann sehe ich so ein paar, so wie so ein Raster. Das sehe ich bei mir nicht so krass. Hm, okay. Was ich da schon wieder gemacht habe. Okay. Oh, der war vorhin nicht, oder? Folgen Sie dem Wagen. Okay. Um keine Zeit anzuhalten. Hey, die Kamera ist halt einfach kaputt, ne? Es passiert auch gar nicht so viel im Innenraum, aber jetzt habe ich es gesagt. Wo ist der Wagen, ne? Oh, mir schlafen die Beine ein. Ich sitze schon wieder im Schneidersitz. War da jemand? Nö. Ja, den, oh, den hätte ich umfahren sollen. Den hätte ich einfach umfahren sollen, den Penner. La, la, la. La, la, la. Ein Hoch auf unserem Busfahrt. Ja, das ist Fahrrad. Das ist Fahrrad. Oh, es fängt an zu regnen. Check Engine? Was? Check Engine? Wie Check Engine? Was soll ich denn da checken? Und wie? Da ist ja keiner. Oh, halt, stopp. Halt, stopp. Ich soll die Engine checken. Ich soll die Engine checken. Don't look back. Okay, ich habe auch die Fingerabdrücke da nicht gesehen. Hi. Gut da drin? Don't look back. Ja gut, dann mache ich das nicht. Bin dafür bekannt, dass ich immer das mache, was man mir sagt. Das ist nicht mehr weit, oder? Aber ich muss auch mal wieder auf meine Spur. 666, wo war ein Ende? Oh! Du bist gefeuert. Oh. Ja. Wir haben Ende 4, wir haben Ende 3 und ich glaube Ende 1, ne? Ich glaube Ende 2 fehlt. Was könnte Ende 2 sein? Wartet einmal kurz. Ich schaue kurz nach. Okay, ich bin aus den Videos innerhalb von 2 Minuten schlau geworden. Dafür macht mein Rechner gerade Faxen. Und ich werde aber einfach versuchen, mich nicht stressen zu lassen. Ne, diesmal streiche ich die Katze gar nicht. Und sammle einfach wirklich Leute nur ein und gucke aber nirgendwo. Okay. Okay. 651. 661. Okay. So, mehr gucke ich nicht. Ja, alles gut. Haben wir gelernt. Ich bleibe einfach an jeder Haltestelle einmal kurz stehen. Kann er da? Okay. Heißt das, soll ich jetzt schon stoppen? Okay. Katze geht's ja gut. Achso, hier möchte Obi raus. Tschüss. Bitte. Kein Ding. Ist nur mein Job. Soll ich denn ruhig bleiben? Ich hab gar keinen Grund, nicht ruhig zu bleiben. Ah, die Kamera ist schon wieder passiert. Do not enter. Warte mal. Ja, ich weiß, ich wollte ganz normal fahren. Ich möchte aber wissen, kann ich, nein, kann ich nicht. Okay. Schade. Ich halte überall einmal an. Wow. Good evening. Kein Problem. No, 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 no. Es ist ein ganz normaler Tag im Leben eines Busfahrers. Das ist der Busfahrersimulator. Alter, 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 Alter. Ich wollte ihn doch nur umfahren. Dann halt nicht. Ha. Ne, hab ich nicht gesehen. Nö, 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 nö. Ganz normaler Abend bisher noch. Die Kamera ist halt kaputt da oben. Passiert halt. Die Technik. Ich nörd's doch dieses Störgeräusch so ein bisschen, aber geht schon. Ja, alles gut. Kein Problem. Wir haben gleich an. Können wir schon mal die Tür aufmachen? Ja, bitteschön. Ja. Wollt' ich hier an der Ausstrecke? Na gut, doch nicht. Hier ist immer noch alles okay, okay? Hör. Die Hand hab ich nicht gesehen. Nein, nein, nein. Ja. Ist halt nicht so gut hier in meinem Stromnetz, ne? Und Technik im Bus und so. Der Bus, der fährt mit Solarstrom und ist ja gerade so ein bisschen bedeckt hier, ne? Also kann man jetzt nicht alles verlangen. Ja, kein Ding. 90, yeah. Okay. Der Hopster an dieser Kante, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, zwei Haltestein gibt's noch. Okay. Glaube ich. Ja, kein Ding. Sie atmen ein bisschen schwer. Kann ich hupen? Ich kann nicht hupen. Oh, ne, ne, hab ich nicht gesehen. Hier geht's gut. Ich fahr ein bisschen langsamer an diesem Tunnel. Da hab ich vorhin auch den Tunnel gesehen. Kann der hier noch 90 sein, wenn die Straße bald aufhört? Aber ist doch alles gut mit mir, oder? Ne, ich guck da nicht hin, weil ist ja alles gut. Warum sollte ich da hingucken? Dann dreh ich nachher nur durch. Ich hab die Katze auch nicht einmal gestreichelt. Ne, hab ich nicht gesehen. Ist ja alles gut. So, Endhaltestelle. Bitte alles aussteigen. Könnt ihr bitte alle aus? Seid ihr alle weg? Ja? Alle raus? Ich kann mich nicht umgucken, weil ich hab Nacken und die Kamera ist kaputt und ich hab keinen Innenspiegel und die Außen, die sind auch nicht so sauber. Ist also keiner mehr da. Ich könnte auch noch einmal versuchen, rückwärts, also gleich, ne? Jetzt hab ich die Windows-Taste gedrückt. Einmal in die falsche Richtung zu fahren. Waren wir nicht immer an der Endhaltestelle? Ich dachte, die wäre hier out of order. Das ist aber woanders, oder? Bitte alles aussteigen. Ja, okay. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mit Flixflausch gefahren sind. Gott möge dir helfen. Danke, Sie sind sehr freundlich. Vielen Dank, dass Sie mit Flixflausch gefahren sind. Gut, empfehlen Sie uns weiter. War das vorhin auch bis 700? Ich hab nur den einen gesehen. Geht's der Katze gut? Ja, da geht's gut, aber ich hab sie noch nicht gestreichelt. Die faucht mich immer noch an. Ja, natürlich. Guten Tag. Gibt's schön? Sie haben eine pulsierende Ahnung im Kopf gehabt. Ja. Jetzt geht meine Kamera wieder. Entschuldigung, wir hatten vorhin schon Endstationen und jetzt ist doch noch immer zugestiegen. Wir fahren noch die ganze Zeit ohne Scheibenwischer. Fällt mir gerade mal so auf. Aber die Engine muss gecheckt werden. Nee, 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 nee. Wir wollen nicht so schlafen. Ich wollte... Nein. 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 Ah. Ich bremse ab. Ich drück hier... Ich drück den Abkampfmodus. Ich... Ich will das nicht. Ich... Ah. Ich versuch jetzt hier... Ich versuch hier irgendwie... Ich boykottiere das. Ich boykottiere das. Wir fahren nicht in den Tod. Ja, wir... Ah. 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 Das ist eh, du Interaktor. Panic Mechanic? Das war in der 2? Okay. Aber... Ähm. Hä? Ich hab 2 Enden auf einmal bekommen? Ja, okay. Okay. Aber ich schau trotzdem noch einmal, weil ich glaube, es gab noch ein fünftes Ende. Okay. Wir bleiben einfach bei 701 stehen. Das probieren wir einfach mal. Ja, tross ihr mich nicht. Ich hab dich mitgenommen. Mhm. Ja. Das hatten wir schon. Michi Kati geht es gut. Ich hab die Videos, die ich jetzt geschaut hab, nur so ein bisschen überflogen. Ob das jetzt alles so richtig war. Das Peel hab ich jetzt nicht gefunden. Ja, hier steht keiner. Kommst mit. Du hast ja auch gar nicht bezahlt, ne? Nur mal so. Stehst ja noch hier. Boah, jetzt hab ich mich erschrocken, weil ich angefangen hab, mit den Beinen zu wibbeln. Und das hat an dem Stuhl irgendwas ausgelöst, sich zu bewegen. Und ich dachte gerade, vor allen Dingen mit diesem Schnurren hier, dass hier ne Katze bei mir ist. Aber kann nicht, weil hier so. Guten Tag. Ja, ist halt Freifahrt. Was hab ich gesagt? Sie mal hat eins, ne? Oder? Das ist doch... Doch irgendein Horror-Dings aussehen. Ach so, vielleicht war das das auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach so, du willst hier nicht, ne? Gut. Dann nicht. Vielleicht dürfen wir auch irgendeinen von den letzten nicht mitnehmen. Aber ich wollte jetzt nicht das ganze Video von jemand anderem gucken. Nur um herauszufinden, was ich tun muss. Boah, mittlerweile haben wir es schon so spät jetzt bei mir hier, wie ich mich vorhin schon gefühlt habe. Als ich da was wegen der Steuer geguckt habe. Ist echt nicht meins. War schon in der Schule so. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Steht hier jemand? Nope. Ja. Alles gut. Ich sagte, alle gut. Ich sagte, alle gut. Wollte erst ein anderes Spiel spielen, aber da habe ich gesehen, das geht über eine Stunde. Und dachte mir, nö, das war halt nicht. Das dauert zu lang. Jetzt bin ich ja auch schon wieder ein paar Minuten länger dran als gedacht. Du, 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 du. Du, 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 du. Do it. Da, da. Seht ihr das? Nochmal zurück ein Stück. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Da. Ich habe dich gesehen. Ich habe gar nicht auf die Bushaltestellenzahlen geachtet. Ja, ha. 7.01 hat er angehalten. Hier ist noch nichts. Oh mein Gott, was ist das? Seht ihr das auch? Leerer Bus? Siehst du nicht die ganzen Leute hier? Aber gut. Halt. Wie heißt? Halt. Halt. Welche Nummer ist deine Bushaltestelle? Habe ich über nicht aufgepasst. Ah, 668. 668? Ja, bitte. Uh. Hallo. Was ist das für eine bedrohliche Musik? Das ist bedrohlich, ne? Die Musik hat sich irgendwie geändert. War das vorhin so? Ja, was denn? Ist irgendwas, Katze? Ja. Sind gleich bei der Endhaltestelle. Dann möchte ich sie bitten, alle auszusteigen. 700? Ne, hier ist aber keiner. War doch 700, ne? Ja. Ne. Ich weiß nicht. In dem Video ist derjenige bis 701 gefahren. Ich irgendwo... Ja. Ja. Bewege das für Sam. Also banned. Eject on... Eject? Do not let this person on the... Do not let this person on the bus. Anti-social. Ja, wie soll ich den denn bitte erkennen? Also banned. Before... Weiß ich nicht, aber ihr seid ja eigentlich gar nicht im Bus. Wahrscheinlich nur so ein paar Leute ja und zwei, drei nicht. Oh, ist schon wieder Party hier. Umz, umz, umz. Dann halte ich an der nächsten alte Stelle. Ich weiß auch nicht, bei den Videos, die ich gesehen habe, stand da Ending 1 von 5. Bei uns steht Ending 1 von 4. Deswegen der 4. Und die anderen hat 5. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie eine alte Version noch habe. Nein. Das nervt mich ein bisschen. Ich hätte gerne Ending 5 auch noch gehabt. Die Katze schnurrt, der Katze geht's gut, ne? Winner, winner, chicken dinner, äh, deer dinner. Ja, ich kann höchstens noch einmal rückwärts fahren. Oder gar nicht erst einsteigen, geht das auch? Nope. Ich will rückwärts fahren. Ich dreh jetzt hier. Ich dreh jetzt hier, hab ich gesagt. Hallo? Na? Rückwärts, los. Ah. Do not enter. Ich will dahin. Ich krieg mich gedreht. Oh, diese Piepsen. Hi, hau, das ist so weh in meinem Ohr. Okay, krass. Nein, 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 ich geh da zurück. So, jetzt. Rechts. Und krass. Und noch ein Stück zurück. Ja. Und jetzt Vollgas durch den Zaun. Okay, wir können auch die ganze Strecke rückwärts fahren, wenn das Piepen nicht wär. Können auch doppelt piepen. Miu. So müsste ich doch auch die ersten Gefahren so sehen können, oder? Ich glaube, in der Dörse, Passengers. Wo denn? Da. Okay, Opie darf. Opie darf mit. Dö, dö, dö. Au, au, au. Au, ist ja gut. Zu zoomen in. Also eine Frau mit dunklen Haaren und ein Kerl. Ah. Okay. Ja, ist ja gut jetzt. So, komm. Also Frau mit dunklen Haaren und so ein komischer Kerl. Katzi, geht's gut? Einmal machen wir noch einmal und dann ist es finito für heute. Huch, da war schon wieder die Windows-Taste mit meinen Wurstfingern. Oh. Was steht da? Puh, 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 puh. Steht gar nichts. Also ich konnte es jetzt nicht lesen. Nee, ich halte auch jetzt nicht. Ja. Oder halte ich? Na ja, gut. Ich glaube, das letzte Ende heißt Just doing a job. Hallo, Opie. Oh. Ja, gerne. Kein Ding. Also mein wibbelndes Bein sagt, es merkt den dritten Kaffee. Ich bin trotzdem immer noch ein bisschen ermüdet. Also irgendwas mit dunklen Haaren und irgendwas mit Hackfresse, er darf nicht rein. Entschuldigung, aber er guckt da wirklich. Er guckt wie mein Bruder. Entschuldigung. So, warte mal. Frau mit dunklen Haaren. Hm. Du hast dunkle Haare. Die andere, die da noch kommt, hat auch dunkle Haare. Ich weiß nicht, ob ich dich... Ich glaube nicht. Ich glaube einfach nicht. Ich nehme dich nicht mit. Ja. Naja, die könnte das auch sein, ne? Nee, die nehme ich auch nicht mit. So, komm schon. Mann, das zieht sich langsam hier. Ich möchte nur das letzte Ende haben. Soll ich da den Kerl eigentlich sehen? Vielleicht habe ich auch irgendwen... See? Hello? Da geht ja einfach... Bin ich etwa schon wieder? Was ist denn mit meinen Händen hier los? Da war gerade alles so im Desktop. Was soll denn das? Nehme ich überhaupt noch jemanden mit? Warte mal, der ist bei 666. Soll ich den... Moment, der hat keine Haare. Der sieht... Ich weiß nicht, hat er Haare? Der könnte das sein, oder? Jetzt hör doch mal auf, hier rum zu hoppeln. Ne, den nehme ich nicht mit. Vor allen Dingen bei 666. Ne, den nehme ich nicht mit. 667 hier. Will einer aussteigen? Bitteschön. Wer auch immer hier aussteigen will? Na gut. Ich glaube, wir haben jetzt nur den Opa mitgenommen, ne? Kann die Katze den nicht verjagen? So. 668. Der sagt einfach nur, er fährt in einem leeren Bus, ne? Der sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Good evening, Sam. Good evening, Sam. Good evening, Sam. Ne, Moment, warte mal. Ah ne, doch, der Tunnel ist okay. Good evening, Sam. Aber steht nicht an der Haltestelle, wo ich da anhalten wollte, jemand rum? Willst du vielleicht hier aussteigen? Wo ist er denn? Ist er überhaupt da? Was ist denn das? Da sitzt einer, ne? Alter. Das ist so bekloppt. Wo ist dein Stop? Hier? Ist er raus? Hier, das ist dein Stop, oder? Ja, tschüss, ne? Ja, heute noch. Wir haben keine Zeit. Wir wollen jetzt hier Feierabend machen. Good help, ja. 700, vielleicht. Können wir nicht hier einfach mal Feierabend machen? Ne? Okay. Dann fahren wir halt noch eine weiter. Oh, da stand doch jemand. Da stand doch dieser Bilzbubkerl. Ich mach einfach diesmal die Tür nicht auf. Der war das doch, oder? Hier. So. Na, jetzt. Wo hängst du schon wieder? Ne. Ne, ne. Mein nicht. Hm. Der könnte das genauso gut sein. Nee, hier ist Ende-Länder eigentlich. Nee, öffnen wir nicht. Nee, dich nehmen wir jetzt einfach nicht mit. Dich nehme ich nicht mit. Du bist gefreut. Ah. Ja. Dann. Hab dich ganz geholfen. Ich bin ein bisschen wacher, aber. Gut. Danke für so lange Zuschauen. Und ja. Ende 5 müsst ihr dann leider bei YouTube schauen. Also woanders. Vielleicht krieg ich auch nicht mehr, weil da steht nur 4 von 4. Und nicht von 5. Ich weiß nicht. So. Also. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020